Aber irgendwas ist anders. Ähm. Was ist eine Bombflower? Und irgendwie... Moment mal. Mal ein bisschen abchecken, was hier alles Schönes gibt. Also. Da ist ein Schalter. Und ich mache jede Wette, der macht hier die Plattform vorne. Wieder normal, hätte ich beinahe gesagt. Und, ähm, du bist auf jeden Fall schon mal tot. Das ist schon mal gut. Ja. Und ich würde einfach mal sagen... Jo. That rocked some shit. Jetzt zu dir, Freundchen. Ähm, ja. Das ist schon mal eine... Bombflower. Und da unten... Muss irgendwas anderes sein, was ich wegspringen muss. Egal, versuchen wir es einfach... Oh, 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 fuck. Nicht so weit springen. Ah. Ein Felsen. Da ist bestimmt ein Schalter drunter. Jep. Da ist ein Schalter drunter. Also. Wir fassen zusammen. Ich diesen Schalter drücke... ist die hintere Plattform aus. Wenn ich diesen Schalter betätige, ist die erste Plattform aus. Damit ist der Weg frei. Okay. Jetzt muss ich nur Gas geben. Ja. Wunderbar. We get passed. Schön. Okay. Da ist noch eine Truhe zum Mitnehmen. Was ist da drin? Eine motherfucking 5-Rubine. Toll. Also im Original war hier die Bomben. Waren hier die Bomben-Tasche zu holen. Da ist sie leider nicht. Das ist schlecht. Aber hier ist eine Bombflower. Ich glaube, ich weiß, wo wir rauskommen. Ja. Es ist diese Stelle. Oh, fuck it, fuck it, fuck it. Fuck it, fuck it, fuck it. Okay. Also wir halten mal fest. Irgendwas habe ich hier verpasst. Ähm. Tja, vielleicht ist da aber auch nur die Karte drin. Oh, wie ist es nicht? Hm. Hm. Tja. Was tun Sprachzeus? Ich würde sagen, ich bombe das hier drüben erstmal auf. Fuck it. Super. Das hat es überhaupt nicht gebracht. Also auf ein neues. Ah ja, eine Truhe. Hm. Ah ja. Eine Truhe. Was ist da drin? Well, let's have a look. Yeah, die Karte. Scheiße, hätte ich doch am Anfang mal genauer gesucht. Da hätte ich auch schon die Karte gehabt. So, das heißt also Ergo. Also mit der Bombflower bis da hinten hin zu dieser Tür packe ich nicht. Aber hier oben war noch eine Bombflower und da habe ich gerade so eine Idee. Bombflower nehmen. Ah, mal hüpfen, ihr Kinder, hüpfen. Fuck it. Fuck, fuck, fuck. Die Idee war gut, die Ausführung war für den Arsch. Ass. Toll. Ach ja. Hey Mann, ich stehe auf sowas. Anyway, fuck it. Ich habe neun Abonnenten. Yeah, hatte ich das eigentlich schon mal gesagt? Ich hatte neun. Ich habe neun Abonnenten, Leute. Neun. Wow, neun Abonnenten. Ich bin ja völlig aus dem Häuschen. Wie schon gesagt, als ich damals um Weihnachten rum damit fuck it, als ich damals um Weihnachten rum damit angefangen habe, habe ich eigentlich mal erwartet, dass mich kein einziger abonniert. Aber irgendwie anscheinend doch. Jetzt sind es sogar neun. Wow. Fuck it. Da kann ich ja fast ein Special machen, wenn ich zehn habe. Auch wenn mir jetzt aus dem Stehgreif gar nicht einfallen würde, was ich machen würde als Special. Muss ich noch mal ein paar Nächte drüber schlafen? Vielleicht komme ich dann auf irgendwas Schönes. Obwohl, wenn ihr natürlich irgendwelche Vorschläge habt, auf den Channel posten, in die Comments, wo auch immer hin. Ich bin dafür alles dankbar, glaube ich. Na komm. Supi. Eineinhalb Herzen. Geilo. Okay, ich muss gleich irgendwas. Na ja, muss ich mal gucken hier. Ich brauche hier Leben, Leute. Ich brauche Leben und keine Rubine. Fuck it. Fuck it. Okay. Mhm. Schick. Stirb. Sau. Ja, gib mir dein Leben. Noch ein Türchen. Mal sehen, was ist hier. Ein Verkäufer-Degu. Ich brauche keinen roten Trunk. Aber mein Schild brauche ich wieder. Weil irgendwie habe ich so das Gefühl, wenn ich das Holzschild weiter, das Degu-Schild weiter benutze, dann kann ich mir auch noch einen neuen Schild besorgen, weil der andere Schild dann abgesoffen ist. Ja, aber der hat abgesoffen. Weg halt. Da kommt gleich eine Skulptula. Ja, wusste ich es doch. Wo ist meine Fee? Sam. Ja, Munition wollte ich eigentlich nicht. Fuck it. Na ja, immerhin bin ich wieder einigermaßen bei Energie. Das geht ja schon mal. Wenn mir einfällt, ich muss unbedingt zusehen, dass ich alle... What the fuck? Nochmal. Also ich sehe, da hinten sind diese Bombflowers an der Wand. Das heißt für mich ergo, ich sollte da mal eine Bombflower hinlegen, um irgendeine Kettenreaktion auszulösen. So, zum Beispiel. Okay, von da oben sind Steine runtergefallen, also muss da was sein. Let's have a look. Ah. Jo. Simpel genug, ne? Ne. Ich brauche ein bisschen Leben, Leute. Munition habe ich doch genug. Ich habe mir da eigentlich schon den dicken Munitionsbeutel zugelegt. Ja, hey, Zeit für ein bisschen Action. Das sind wieder meine... meine Echsenkumpels. Ja, komm her, du. So. Bam. Bam. Na, komm. Ja, hau ab, Feigling. Na, komm her. Ja, hau ab, Penne. Ja, ja, so früh weg. Bam. So, jetzt nur noch du da hinten. Du hast eh keine Chance. Na, komm schon her. Ja, ja. Ja. Vielen Dank.